Sie sind jung, kräftig und nur in Ausnahmefällen weiblich. Katharina Klotz ist die erste Frau im Landkreis Waldshut, die Waldarbeit zu ihrem Beruf machen wird. Seit August ist sie dabei. Vieles hat sie in Praktika vorher ausprobiert, doch nichts hat ihr so gut gefallen wie das hier. Ich wollte irgendwie fit bleiben und nicht die ganze Zeit immer nur das Gleiche machen, überall Papier. Bei hier im Wald, da hast du, jeder Baum ist anders, jede Stelle ist anders, jedes Waldstück ist anders. Da muss man halt immer drauf gucken und das ist eigentlich sehr, sehr abwechslungsreich. Abwechslungsreich, aber auch gefährlich. Angst hat Katharina keine mehr, Respekt aber schon. Ja, es kann halt immer irgendwas passieren. Da habe ich eben einmal nicht aufgepasst. Ein Ast war unter Spannung und den habe ich halt durchgesägt, hat es nicht wirklich gesehen und dann ist ihm ja die Nase. Seither ist sie vorsichtiger geworden. Wie viele Bäume sie inzwischen gefällt hat, gezählt hat sie sie nicht. Die 35 Meter hohe Tanne fällt zielgenau zu Boden, der zweite Baum macht es ihr nicht so einfach. Ah! Ach, Mann! Alle Versuche bleiben vergebens. Katharina muss Hilfe holen. Christoph, bitte kommen. Ja, Kati, hörte. Kommst du bitte zum Fußweg runter, wir haben hier einen Hänger. Das schafft auch der stärkste Mann nicht ohne Maschine. Die Technik kann einen Teil der Muskelkraft ersetzen. Das macht die Waldarbeit leichter. Doch vieles bleibt Handarbeit, wie die Pflege und Bepflanzung des Waldes. Auch das ein Knochenjob, der am Anfang anstrengend war. Als ich angefangen habe, konnte ich eigentlich die ersten paar Tage nicht mehr laufen. Die Arme hochheben auch nicht mehr. Aber jetzt haben sich eigentlich ziemlich Muskeln aufgebaut und jetzt ist das eigentlich nicht mehr so die Frage. Der Muskelkater ist inzwischen ebenso vergessen wie die kalten, nassen Wintertage. Frauen wie Katharina waren nach dem Zweiten Weltkrieg keine Ausnahme. Die 50 Pfennigmünze erinnert an die Waldarbeiterinnen, die sogenannten Kulturfrauen. Sie waren für den Wald damals das, was die Trümmerfrauen für die Städte waren. Sie haben den Wald wieder aufgeforstet. Ohne sie wäre er nicht so nachgewachsen, wie er heute dasteht. Auch wenn Frauen in diesem Job mittlerweile selten sind, eines hat sich in all den Jahren nicht verändert. Waldarbeit ist noch immer Teamarbeit. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Doch das ist nur eine von mehreren Voraussetzungen. Man soll keine Angst dreckig zu machen. Mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Team können sich Frauen den Wald zurückerobern.